Verwirrende Gedanken Part 3 Wenn du auf jemanden triffst, den du seit 7 Jahren nicht mehr gesehen hast, wurden alle Zellen dieser Person bereits ersetzt. Das bedeutet, dass diese Person theoretisch gesehen ein völlig neuer Mensch ist. Du bist also nicht dazu verpflichtet, Hallo zu sagen. Und kann mir bitte mal jemand erklären, warum sich der Tag, bevor man frei hat, besser anfühlt als der Tag, an dem man frei hat?